Was geht ab, na? Moin Moin! Einigen Schlauen von euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich das ja gar nicht bin auf meinem Profilbild, sondern Ned Peterson von Spongebob. Der gute alte Ehrenbruder, mein Shabab Ned Peterson. Wir beide sind so. Und wenn jemand Bennert sagt, denk ich gar nicht an mich, sondern an ihn hier. Und naja, seitdem ich das benutze, hat sich Spongebob und Bikini Bottom irgendwie ein bisschen verändert. Und falls ihr nicht wisst, was ich meine, seht's euch an. Mr. Krabs sagte mal, Kannst du das wiederholen? Ich konnte nichts verstehen, dass ich mir so laut in die Hose geschissen hab. Was? Ich dachte, jetzt kommt ein heftiges Zitat, das ich mir hinter die Ohren schreiben kann und in 40 Jahren meinen Enkelkindern erzählen kann. Aber korrekt, Mr. Krabs, Mann. Danke, dass du uns an deinem Leben teilhaben lässt. Und ich fühl das, Mann. Wer kennt's nicht, dieses Problem? Ich hasse euch, ganz egal, ob Schwarz oder Weiß, ihr elendet... Lutscht mir den... Hallo, hallo, hallo. An diese Folgen erinnere ich mich wirklich nicht. Welche Drogen hat Tadeus genommen, dass er diese Dämonen in sich trägt? Ich weiß ja, er war immer abgef***t von allem. Aber dass er so drauf ist, ist mir neu. Das war aber ne tolle Rede, du fettes Schwein. Yo, okay. Sehen diese Serie nicht hauptsächlich Kinder? Stell dir vor, du setzt ein fünfjähriges Kind vor den Fernseher, um ihm bisschen Spongebob zu zeigen, und auf einmal drehen die da so durch. Spongebob sind auf einmal Eier gewachsen. Ich hätte selbst auf dich geschossen. Denn wenn's nach mir ginge, würde ich die Hunde loslassen, Hurenso. Mr. Krabs war safe im Urlaub in Frankfurt und hat bisschen Kultur und Sprache davon mitgenommen. Der droppt einfach die Haarbombe. In einer Kinderserie. Mr. Krabs ist jetzt Top G geworden und sch***t auf alles. Ich glaub, das ist mein neuer Lieblingscharakter. Ich bin dran. Eine Fünf. Einer deiner Mitmatrosen war ein böser Pirat. Schick ihn in den Bau. Okay, Moment mal. Die Szene kenn ich glaube noch von damals. Und da ist nichts Schlimmes passiert eigentlich, soweit ich mich erinnern kann. Die spielen einfach nur ein bisschen dieses Würfelspiel. Okay, Mr. Krabs, komm runter. Was ist mit dem passiert? Frankfurt hat ihm nicht gut getan. Wenn das so weitergeht, wird mein Video gesperrt. Deswegen nochmal ein kleiner Disclaimer und eine Nachricht an das YouTube-Team. Keine Sorge, ich benutze diese veränderten und editierten Clips von Spongebob nur zum Aufklärungszweck, um meiner Community dabei zu helfen, ein besserer Mensch zu sein. Sohn, ich hab gar nichts gemacht. Gut, alles klar. Patrick hat auf einmal gar nichts gemacht. Jetzt reicht's auch. Jetzt ist das Maß voll. Und als ich dachte, schlimmer kann es doch nicht werden, wurde ich mal wieder eines Besseren belehrt. Hallo mein Kleiner. Was hast du da Schönes? Deine Mutter. Oha, der Kleine hat Mr. Krabs auseinander genommen. Und weißt du auch, was das bedeutet? Ich besorge es ihr jede Nacht beim Fortnite-Spielen. Ey, 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 ey. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Das ist jetzt wirklich eins zu krass. Das kann ich auf gar keinen Fall weiter abspielen lassen. Oder kann ich? Häh? Haben die bisschen zu viel geraucht oder was ist da los? Die haben aus der netten Kinderserie Spongebob die asozialste RTL2-Sendung der Welt gemacht. Also das ist wirklich geisteskrank. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört eingesperrt. Isoliert von der Gesellschaft. Er hat es auf unsere Kinder abgesehen. Vielleicht können wir ins Geschäft kommen. Ja, natürlich gefällt das Mr. Krabs dem alten Geier. Was zum Teufel passiert hier gerade? Auf einmal verwandelt sich die große Krabbe in ein Trap-Haus und die fangen an sich gegenseitig zu dissen. Ich weiß gerade ehrlich nicht, ob ich träume oder ob das die Wirklichkeit ist. Vielleicht habe ich auch noch eine Psychose vom letzten Wochenende und bilde mir alles gerade nur ein. Nach einer Runde wird er schon laut schlafen. Man kann sagen, was man will, aber Mr. Krabs hat den Beat gerade gef***t. Das war heftiger als alles, was ich das letzte Jahr an Deutschrap gehört habe. Trommelwirbel bitte. Nein! Ich kann das alles nicht mehr. Wir müssen das boykottieren, Mann. Spongebob geht in eine ganz falsche Richtung. Das war wirklich krass. Das hat mich überzeugt, meine Kinder später vor den Fernseher zu setzen und diese Folgen anzumachen, damit meine Kinder auch richtige Motherf***er werden. Naja, und um uns jetzt ein bisschen abzukühlen davon, was wir gerade gesehen haben, schauen wir uns jetzt noch ein paar Memes und Videos an, die ihr mir so auf Instagram geschickt habt. Das hier ist ein normaler Typ auf Arbeit, der einfach nur ein bisschen Langeweile hat und deswegen mit seinem Stuhl hin und her fährt. Der Arme war doch nur am viben. Er hatte keine bösen Absichten, aber wurde trotzdem gef***t. Das war's mit dem Job, Mann. Danach flattert die Kündigung und eine dicke Rechnung rein. Und das alles nur, weil man ein bisschen Spaß haben wollte. Man kann gefühlt nichts mehr machen heutzutage, ohne bestraft zu werden dafür. Wei yo, wei yo, wei yo! Hier sehen wir einen epischen Boxkampf im Ring. Er hier hat heute seinen ersten Fight und kann's kaum abwarten, endlich anzutreten und seine Familie, seinen Coach und alle, die nicht an ihn geglaubt haben, zu zeigen, dass er der Heftigste ist. Und schon wieder. Der Coach wollte einfach nur die Ecke von seinem Kämpfer sauber machen und ihm etwas Gutes tun und hat dafür einfach eins auf die Fresse bekommen. Ein weiterer Beweis dafür, dass man nur bestraft wird, wenn man gute Dinge tut. Okay, dieses Mädchen hier versteht nicht so ganz, wieso sie keinen Fortschritt macht beim Holzsägen. Könnt ihr vielleicht erkennen, wieso das so ist? Also, ich will nichts sagen, ne? Aber... Bro, das ist crazy. Wie lange sägt sie da schon und kann das nicht bemerken? Daneben ist doch sogar noch ein anderes Mädchen. Das heißt, eigentlich doppelt so hohe Chance, dass sie vielleicht erkennen, dass es hier nicht weitergeht, weil die Säge da oben anstößt und es somit blockiert. Die versteht die Welt nicht mehr. Die denkt, ihr Holzstück ist aus Metall oder die Säge ist kaputt. Der Einzige, der weiß, was hier abgeht, ist der Kameramann. Und der genießt die Show so. Das gibt bestimmt ne gute Note für diese Arbeit, wenn der Lehrer das sieht. Und wo wir gerade schon so bei guten Noten und Schule sind... Wie oft hat der verkackt? Was ist das denn? Da wurde einfach der Mount Everest von Tipp-Ex draufgeklatscht. Kompletter Tipp-Ex-Stift und Maus ausgeleert für diese einfache Rechnung. Und immer noch falsch. Genau das kam damals bei mir rum, wenn ich mit meinem Vater Hausaufgaben gemacht habe. Ich hatte auch immer das ganze Blatt voller Tränen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr heftiger fandet. Entweder sie oder ihn hier. Wer hat eurer Meinung nach den Preis des besten Schüler des Monats verdient? Ihr kennt doch bestimmt alle diese Kiss-Camps in solchen Stadien. Die lenken die Kamera auf zwei Leute und die müssen sich dann küssen. Meistens sind die ja auch schon zusammen. Die zwei Süßen hier haben heute ihr erstes Date im Stadion und werden direkt von der Kamera fixiert. Jawoll, mein Bruder, das ist deine Chance. Komm schon, nutze sie. Du hast sie. Sie gehört dir. Komm, mein Löwe, mein Bär. Komm, Angriff. Oh, das war hart. Der Arme hat gedacht, sie will ihn küssen, als sie sich nur umgedreht hat. Einmal bitte ein F für einen gefallenen Bruder. Das tut sogar mir weh beim Anschauen. Der ist auch danach direkt ans Handy gegangen und hat die Wetter-App panisch geöffnet, weil er gar nicht auf die Situation klarkam. Aber sch*** drauf, Champ. Sie hat dich nicht verdient. Irgendwann wird die Richtige kommen. Als ich letztens so auf dem Klo saß, bin ich natürlich, wie jeder von euch, durch TikTok geswipet, um die Zeit rumzubekommen. Und zwischendurch kommen ja immer verschiedene Werbungen von solchen Goofy-Arsch-Spielen, wo ich mir denke, yo, dieses Unternehmen zahlt vielleicht hunderte tausenden Euros an das Marketing-Team, nur dass am Ende sowas dabei rumkommt. Erste drei Sekunden hat mich überzeugt zu downloaden. Gut, erste zehn Sekunden hat mich nochmal überzeugt zu downloaden. Ähm, davon distanziere ich mich, okay? Es ist ja sowieso nur ein Handyspiel und die gezeigten Handlungen sind nicht echt und dienen nur als Satire und humorvolle Darstellung. Bro, what the f- Das war die abgef***teste Werbung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Primitive Ära. Ja, das war wirklich sehr primitiv. Das mit den Frauen war schon krass, okay? Aber das mit dem Mammut hat mir gerade echt den Rest gegeben. Ihr müsst halt wissen, diese Werbung wurde geskriptet von einem Marketing-Team, dann wurde das alles animiert von einem Studio für viel Geld und dann wurde das abgesegnet und die haben dazu gesagt, ja, man, das ist die Werbung für unser Spiel. Das muss veröffentlicht werden. Das war absolut geniales Marketing. Und meine lieben Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass dieses Mammut das Gleiche mit euch macht, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und alle coolen Leute abonnieren auch. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.